Hm, ich bräuchte eigentlich mal wieder eine neue Rüstung. Was gibt's denn heute zur Auswahl? Leder ist mir zu schwach. Eisen sieht eigentlich ganz gut aus. Ah, Diamant, das wäre doch jetzt perfekt. Ja, ich nehme die DIA-Rüstung. Wenn ihr auch so einen Amor-Stand-Swapper haben wollt, zum Beispiel für eure Schmiede in eurem Dorf, dann bleibt einfach dran, denn ich zeige euch gleich, wie ihr das auch bauen könnt. Heute bauen wir also so einen coolen Amor-Stand-Swapper. Ich persönlich finde so etwas echt nice, weil es zum Beispiel in Häusern oder Dörfern ein hübsches kleines Detail ist. Ihr könnt damit auch eure Freunde beeindrucken, denn das haben sie vielleicht noch nicht gesehen. Mit diesem Design könnt ihr zwischen drei verschiedenen Rüstungen wählen. Ihr müsst natürlich nicht die Rüstungen nehmen, die ich hier gezeigt habe, sondern könnt zum Beispiel drei verschiedene verzauberte Diamant-Rüstungen nehmen, wenn ihr das wollt. Übrigens, ich habe in dieses Video ein Easter Egg eingebaut. Schaffst du es, das Easter Egg zu finden? Wenn du es gefunden hast, dann gib dem Video doch einen Daumen hoch und schreib es mir mal in die Kommentare. Wie ihr bereits sehen könnt, ist diese Kreation sowohl super praktisch, als auch noch sehr leicht zu bauen und vor allem super günstig. Alles, was ihr dafür braucht, ist folgendes. Vier Redstone Dust, ein Repeater, ein Sticky Piston, ein Obsidian Block, drei Amor Stands, zwei Eisenfalltüren und diverse Blöcke und natürlich die Rüstungen. Wie ihr also sehen könnt, braucht man dafür wirklich extrem wenig. Deshalb gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, warum man das nicht einfach bei sich einbauen sollte. Und ohne weitere Umschweife legen wir auch direkt los mit dem Tutorial. Wir starten hier mit diesem einzelnen Block. Darauf setzen wir erstmal einen Button und links daneben die erste Eisenfalltür. Wenn wir jetzt den Button drücken, öffnet die sich bereits. Nun gehen wir von diesem Block aus zwei Blöcke nach unten, legen da einmal Redstone drauf und links daneben kommt die zweite Eisenfalltür. Jetzt öffnet der Button schon beide Falltüren. Als nächstes setzen wir zwei Blöcke diagonal nach rechts unten und anschließend zwei Blöcke diagonal nach links unten. Dann setzen wir auf die oberen und den untersten Block Redstone drauf. Und auf den vorletzten Block kommt ein Repeater auf Stufe 1, der nach links zeigt. Links neben den Repeater setzen wir dann das Obsidian, sodass der Repeater in diesem Block zeigt. Und links neben den untersten Block kommt dann noch der Piston, der nach oben zeigt und darüber der Slime-Block. Damit sind wir bereits fertig mit dem Redstone-Teil und wir können nun die Rüstungsständer setzen. Dafür setzen wir einfach auf die oberste Falltür einen Rüstungsständer und ziehen diesem die erste Rüstung an. Nun drücken wir einfach einmal den Button, setzen einen neuen Rüstungsständer hin und ziehen diesem dann die zweite Rüstung an. Und auch für den letzten betätigen wir noch einmal den Button, setzen einen neuen Rüstungsständer und geben ihm seine Rüstung. Damit sind wir mit der Konstruktion fertig und wir können das Ganze jetzt einmal testen. Wenn wir den Button erneut drücken, erscheint wieder unsere erste Rüstung. Danach kommt wieder die zweite. Und zum Schluss kommt noch die letzte und danach fängt das Ganze wieder von vorne an. Damit ist der Amor-Stand-Swapper fertig und ihr könnt euch in Zukunft ganz einfach aussuchen, welche Rüstung ihr anziehen wollt und damit eure Freunde beeindrucken. Auch könnt ihr natürlich den Button woanders hinsetzen. Das Design ist so aufgebaut, dass das keinen Unterschied macht. Na, hast du das Easter Egg gefunden? Ich bin gespannt, ob ich deinen Namen in den Kommentaren lesen werde. So, ich hoffe das Tutorial hat euch soweit gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr bei einer positiven Bewertung und einem Kommentar freuen. Das hilft mir auf jeden Fall sehr dabei, auch in Zukunft gute Tutorials zu erstellen, die euch gefallen. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, kannst du meinen Kanal sehr gerne abonnieren. Und nicht die Glocke vergessen. Unten links findest du meinen neuesten Upload und unten rechts hast du noch ein Video, was dich interessieren könnte. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.